Hallo, herzlich willkommen hier bei Enrico TV. Mitten hier heute Michaela Schafrath. Das ist meine erste Sendung. Warte, mach mal so. Super. Äh, mal cut, mal cut. Entschuldigung. Ich will dich auch. Hört mal bitte auf zu lachen hier. Alles klar, kein Musik. Ohne Brille bitte nicht. Das kannst du lesen? Es ist unglaublich, aber nee, nicht so. So, wir fangen jetzt mal an. Ja, gerne. Seien Sie mich so nervös? Nee, ich bin total erschüttert. Also wenn der Ton hier und die Kamera jetzt mal bitte aufhören wir zu lachen. In Ihrem neuen Projekt, ach nee, hallo, hier ist Enrico TV. Das ist meine erste Sendung und gleich mit mir Michaela Schafrath. Ja, ja, hallo, hallo. Das ist nicht so schlimm. Mach mal noch mal. Na gut. So, in Ihrem neuen Projekt, was diesmal keine Komödie ist, zeigen Sie uns, dass ein großer Darsteller in Ihnen steckt. Darsteller? Wie kommt das bei den Leuten an? Nee, das machen wir... Hallo, hier ist Enrico TV, das ist Michaela Schafrath. Also, und jetzt geht's los in Ihrem neuen Projekt, das jetzt mal keine Komödie ist. Da zeigen Sie uns Ihr Innerstes sozusagen. Sie sind, also Sie öffnen sich für uns. Das klingt jetzt auch blöd, oder? Ich weiß nicht. Die Scheiße hier geschrien. Es tut mir wirklich leid. Ja, ich würde mir da jetzt auch nicht so Gedanken machen. Beim Schreiben ist das gar nicht mehr so aufgefallen, dass das so blöd klingt. Frau Schafrath, Sie sind ja schauspielerisch, nicht so ganz unbeleckt. Entschuldigung. Hör auf zu lachen, du. Entschuldigung, ich muss mich mal kurz öffnen. Enrico? Enrico? Die sind weg. Wer? Die Frau Schafrath. Nein, die ist noch da. Schick die weg, ich schaff das nicht. Warum? Sag, ich habe Marken da. Damit hätte die früher auch nicht arbeiten können. Obwohl, es gibt ja alles einen Markt, ne? Ach, komm jetzt. Wo ist denn jetzt diese... Enrico? Schick die weg, ja? Ich fühle mich einfach nicht gut. Enrico. Danke. Ach, Scheiße. bored. Danke. scez. �'. Ja samen.